Ja, hallo, willkommen! Mein Name ist der Nero LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir die Mission vom... boah, wie heißer... Ding in der Nummer... Gau-Gio-Gio-Gao-Festung... Ich hab keine Ahnung. Irgendwie so einen komischen Namen. Wart mal. Näh. Gellandio, okay. Fight for Gellandio-Dio, oder was weiß ich nicht. In der letzten Mission, also in der letzten Folge haben wir Zäcker leider verloren. Es stand, äh, Zäcker's Retreated, als ich mir die Aufnahme angeguckt hab. Und, äh, ich meine, bei Lago, Rosie und Alicia sind so, die können nicht sterben. Die ziehen sich nur aus dem Kampf zurück. Nur wenn Welkin einmal kaputt geht, dann ist es auf jeden Fall vorbei. Deswegen hoffe ich mal, dass er nach der Mission wieder auftaucht. Also in der nächsten Mission. Und wir machen jetzt erstmal weiter und tun Alicia wiederbeleben. Und, äh, Zäcker zählt nicht als Einheit. Verdammt. So, als erstes hauen wir diesen Panzer hier weg, weil... Ja, bin ich richtig mäß, dass der Zäcker weggegauen hat. Ich hoffe, ich so zu freuen, Lago. Das ist ernst. Oh, Hallöchen. Ich könnte das Ding treffen, wenn ich Glück hab. Ja, komm schon. Der ist für Zäcker. Bumms, jawoll. So muss das. Okay. So, der ist schon mal weg. Ich freue mich. Hm. Du hast natürlich wieder da volle Möhre hingepflanzt, ne? So, Juno, pass auf die Mino. Ach ja, der Sniper lebt auch noch. Der hat überhaupt nicht geschossen. Fällt mir gerade auf. Ah, wir sind schon wieder am Ruckeln. Ah, Mähne. Mähne, okay. Keine Mähne. Hm. So, ich kann es ja einfach so zugehen. So, jetzt der Schalter im Warthätigen. Ach du Scheiße, wie viele Mähnen sind denn da? So, mein Gott, wie viele Mähnen sind denn da? So, du gehst mal, ich weiß nicht. Irgendwo in Sicherheit. So. Und, boah, ich hab dir wirklich Säcke kommt. Wieder. Sonst könnte ich kotzen. Den Sniper, den Sniper darf ich nicht vergessen. Also, ich dachte, da wäre eine Miene. Mein Gott. Ha, ich bin ja noch versteckt, gut. Hm, schlecht. Steigen, komm ich nicht. Ja, weil er jetzt so gut war. Hi, warum hältst du so viel aus? Da fuck? Was ist denn das? So geht dann aber nicht. Hallöchen. Erinnerst du dich? Ich hab dich vor zwei Sekunden abgeschossen. Oh, oh, oh. Hm, 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 hm. Sehr schön. So, kann ich mich hier irgendwo noch? Ich kann das Ding hier aktivieren, aber will ich das? Jetzt schon, machen wir halt schon mal jetzt. Wahrscheinlich schauen jetzt voll viele Leute hier auf und ich habe voller Probleme jetzt. Ja, ich bin aber immer noch in einer ungünstigen Position. Badammt! Vielleicht so voll abgeschossen. Ernsthaft, ich hab überhaupt noch einen Kommandanten hier zu verlieren. So, ich hab, das passiert aber erst mal wieder was, bis ich, äh, keine Ahnung, Ding mehr, tätige, äh, einnehme. So, Marina! Machst du, glaub ich, nur noch einen Schuss, ne? Oh, du hast dich geheilt, oder wie? So, guck mal näher ran. Ähm, wo bist du? Ach, wo? Da! Ne, wo bist du? Da! Oh, das gibt's doch nicht! Herbert! Muni! Was willst du von mir? Oh, Gott! Das ist nicht schön! Hier, reparier das mal. Wir bauen ein bisschen Dettung. Wir werden weg von uns. Okay. Wenn wir zurückkommen, dann gehen wir alle zusammen. Verdammt! Super Elite, was ist denn da? 58 Schüsse, ey! Ich will ja irgendwie dranzoomen, ich kann doch gar nicht dranzoomen, ich Idiot! So, wir sind ein bisschen behämmert hier positioniert, aber was soll's! Marina! Mach mal! Ja, ich kann ja versuchen, die da oben zu ballern! Ballern da direkt Pollen! Das ist ja immer was meckern, oder? Zu viele Menschen, zu viele Pollen! So! Oh, ich muss dich nur treffen, okay! Da wollte ich schon sagen, wenn er da auch daneben schießt! Im nächsten Zug gehst du den Turm da hoch! Ja! Ich glaube, je höher man sie positioniert ist, desto besser kann sie auch schießen! Glaube ich! War, glaube ich, eine ihrer Fähigkeiten! Glaube ich! Ne? Okay! Äh, was jetzt? Wo ist eine Trooper-Elite? Da hinten! Hallo! Hm... Oh, hallo, Alka! So, hier haben wir schon mal alles! Wir hätten eigentlich gar nicht so flankieren müssen! Hm, hm, hm... Ich könnte die Basis da einnehmen, aber... Ich würde mich lieber im nächsten Zug einnehmen! So! Hier mal wieder ganz viele... Züge zur Verfügung haben, naja... Tun hier... Weiß er nicht! Alle rein spawnen! Äh... Ich hab' nur... Gar kein Kommandokunkt jetzt übrig! Und das wär' ein bisschen blöd! Aber ne, kannst du euch irgendwo rein positionieren? Auch hier rein! Okay, wenn hier jemand vorbeikommt, ist er tot! Wenn! Na, genau! Ich hab' schon mit dem nächsten Zug auftauchen, ne? Na, verdammtet! Ja, kein Panzer, das ist schon mal gut! Aber wer die tut einen Scharfschützen jetzt noch mal rufen oder so... Das wär' richtig blöd! Da kommt man links herum! Das wär' schön! Jawoll! So, jetzt können wir Dinge einnehmen und direkt da durchbrettern! Erstmal müssen wir Alisha reinbewegen, genau! Ich hab' wieder einen Kommandokunkt mehr! Kommst du da hinten hinten? Zur Basis? Zum Kommandokunkt? Wird schon, was ich meine? Vielleicht in die Bunker, ne? Vielleicht in die Bunker, ne? Das bedeutet nichts Gutes! Ah, was halt so gut ist! Occupied! Hm! Oh, hi! Kann ich dich treffen? Ja, ne? Können wir versuchen, die Minen hier kaputt zu hauen! Was ist denn? Was ist denn? Klappt das? Nö! Super! Aber sie steht in der Basis, sie dürfte nicht so schnell getroffen werden! Glaube ich! Camarina! Guck du mal! Guck du mal! Was... Oh je, ja, noch alles so ist! Was ist denn das? So, was haben wir denn hier? Oh Gott, das... Max the cleaner! Super! Wie ist das? Alles durch hin... Einzeln Kommandant! Ist ein Panzer! Ist ein Panzer! Ist auch ein Panzer! Ne, ich treffe den da endlich! nicht mich auf den armen nehmen weil attentat attentat der einkommen nein okay aber lieber unter vielleicht man ja nicht aber schätze egal ich hab mal noch sie gut aus jetzt wieder und sieht alles immer erst im zweiten pack wo ich aufnehmen gut aus karotten und so wie so weit ich gut gefunden hätte wenn die kanal so eine witzwaffe hier noch eingefügt hätten so lago mit einer riesigen karotte da wäre gut gewesen ich krieg perfekt richter ding da hinten aber eigentlich war zum max hingehen ich glaube ich tue erstmal die panzer aus dem weg räumen da ihr beiden teilt euch jetzt mal das dinge ich kann auch von hinten angreifen mal gucken kann mich man daraus anschleichen an den dingen aber ich könnte auch das ding nur einmal treffen so behämmert gerade wenn ich den treffen noch einmal treffen verdammt boah hat voll viel sparen angerichtet noch mal wir haben noch herbert dich kriege ich noch down den anderen da hinten auch ich muss es nur treffen ok ich habe eine gute strategie jetzt ja toll jetzt voll bleib du mal hier und sage ich noch mal zum einsatz herbert bist du ja 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 okay mich auch repariert mal allgemein die ganzen dinger können hier mal repariert werden weil er dahin geht bringt zwar jetzt nichts mehr aber scheiß auf ganz mini kommen wir auch entschärfen fällt mir darauf aber erst mal das war erst mal lago etwas moni da kannst du mal die ganzen sachen einschärfen damit war durchkommen du wirst ja nichts mehr treffen ok können wir eigentlich mit lago versuchen da hinten hin zu laufen das bringt es glaube ich nicht so ne wir versuchen von da oben die abzuschießen das ist ein bisschen weit ja der wird gar nicht als ziel erkannt der auch nicht der aber verdammt ja gut dann von der anderen seite naja hat schon irgendwie geklappt marina du bleibst mal da weil dann kommen wir näher wenn wir jetzt nicht mehr zwei punkte ja mal an über meine zwei panzer schade leck mich daran ich finde so was kann irgendwie immer das trifft wenigstens hundertprozentig wir gehen hier durch herbert macht den weg frei die anderen ihr wartet mal da sitzt jetzt mal herbertstag wenn er bock hat menschpersonen wie in die sind das scheißegal da kommen wir mittendurch könnten sie auch flankieren das vielleicht intelligent aber nein wir nehmen die stumpfe brachiale bärmerte strategie so schade hat man nicht mitnehmen kann und wo hinstellen kann hinlegen kann meine ich dann noch mal hier ein ding kaputt hauen okay so gehen die nicht kaputt mit euch da durchkommen also man sind dann an die panzer mieten ja ich weiß nicht irgendjemanden da nach links mit rosie gesteht so blöd im freien mord da oben ist sonst noch kein schaden anrichten oder nach kaum schauen als er für eine kack waffe eine mine eine mine sie frank hier mal jetzt kommen wir uns mal an was die machen und dann wenn beim part wo auf mich haben die keine sniper eingeschickt schaffel 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 hatte ich habe meine position meine kollegen positioniert da kommt das auch schnell nicht durch sind alle auf der linken seite und wie kommen die anrufe der linken seite da kommt ein rosy marina schießt ihn nicht kaputt okay jetzt hat jemand herbert von allen hat herbert geschossen auch schon wieder auf alicia wollte schon sagen die schon wieder gut ist ein bisschen näher gekommen eiskalt bleibt stehen sogar zurückschießen hat gesehen war eine frau mal für eine frau nicht so ein scheiß noch so zieht irgendwo hin wo kein schwann ist und er auch da bist du auch noch aber erst in der nächsten folge von let's play ich will immer tels aufsagen verdammt valkyria kreuz ich entschuldigung ich bedanke mich herzlich für zuschauen sage tschüss bis zur nächsten folge ich' ich Vielen Dank.